Back in Town Ich fange es klassisch an und damit ein herzliches Willkommen nicht zu einer neuen Folge Clash of Clans, nicht zu einer neuen Folge Clash Royale nicht zu einer neuen Folge Pokemon Go, sondern zu Super Mario Run Das Spiel kam am Donnerstag raus, wir haben heute den Samstag, wo ich das Video aufnehme im schlimmsten Fall kommt es bei euch am Sonntag hoch auf meinen Kanal und ja, ich sehe es als kleines Comeback Viele haben mir geschrieben, YouTube, Facebook, Instagram, Google Mail, was denn los ist Ob ich denn nicht mal mich von meinen Fans verabschieden will, ob ich denn kein Statusupdate machen soll Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, ihr habt ganz klar recht Irgendwas hätte ich schon von mir geben sollen Ihr habt vielleicht gemerkt, auch was Instagram, Snapchat angeht Ich habe mich die letzten Monate ganz zurückgezogen und habe es die letzten Wochen, ein, zwei Wochen in Instagram wieder ein bisschen angefangen zu posten Dahingehend kamen auch wieder mehr Leute, die mit mir dann geschrieben haben per Direct Message, wie es denn ausschaut und ich dachte mir, dieses Spiel gefällt mir Mario hat meine Kindheit geprägt Ich bin auch vor dem Spiel selber angetan und auch wenn es schon 100.000 andere jetzt auf YouTube gemacht haben und auch wenn ich nicht der Erste bin und auch wenn ich nicht der beste Spieler sein werde Ich möchte es einfach als kleines Comeback nutzen um in den Kanal wieder einzusteigen Ich möchte Brennerchen Blaze weiterführen Hab den Kanal ja auch nicht geschlossen oder dergleichen Hab auch kein Abschiedsvideo gemacht Hätte allerdings, um das nochmal aufzugreifen auf alle Fälle so ein Statusupdate Video machen sollen Da stimme ich euch absolut zu Zu mir, ich bin immer noch im dualen Studium Das Einzige, was ich tun wird, ist, dass ich zu neun Jahren meinen Betrieb wechsle Das war beim alten Betrieb mit meinem Chef gar nicht geklappt hat Und dementsprechend wird es da die nächsten Wochen für mich noch ein bisschen stressig Hab nächste Woche nochmal drei Tage Hochschule vor den Feiertagen Darf dann über die Feiertage noch eine Hausarbeit schreiben Aber das sollte alles klappen Also ihr dürft nicht jetzt gleich davon ausgehen, dass es jeden Tag wieder ein Video kommt Ich muss mir generell noch ein bisschen überlegen, wie es eben hier weitergeht Gerade zu Mario Also das lässt sich natürlich let's playen Und wenn ihr da Bock habt, schreibt es in die Kommentare Lasst mir so, Kommentare so, Däumchen so Ein Däumchen da Auch was den Schnitt angeht, muss ich sicher zugeben Bin ich wahrscheinlich mittlerweile wieder ein bisschen eingerostet Ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen so auf YouTube rumgeschaut Und ja, die ganz großen, was die dann natürlich in den Videos reinpacken An Special-Effekten, an lustigen Gadgets und so Da wäre ich auch gerne, ganz klar Ist eine Sache von Zeit, ist eine Sache vom Skill Wobei ich sage, Skill kann man sich beibringen Zeit ist wieder was anderes Ich würde sagen, genug geklappert, gelabert, geschnackt Wir starten durch Mit Super Mario The Run Momentan exklusiv auf iOS Die Meinungen sind geteilter Geteilt Ja, ihr seht auch das Reden Fällt mir nicht mehr so leicht Zum einen beschweren sich die Leute, dass ihr dauerhaft eine Internetverbindung braucht Das ist nun einfach so Und zum anderen beschweren sich die Leute, dass das Game nicht Free-to-Play ist Dazu aber gleich mehr Ganz kurz zum Menü Wir haben oben drei verschiedene Übersichtsfenster Ganz rechts die Münzen Links die Tickets, die wir für die Toad Rallye brauchen Die werde ich euch nachher zeigen Und in der Mitte, wenn wir draufgehen, sehen wir eine kleine Übersicht Unsere gesammelten Toads Die gibt es in verschiedenen Farben Und unten rosa, lila und schwarze Münzen Regenbogenbrücken, da bin ich noch nicht Dann hier das Königreich könnt ihr bearbeiten Wenn ich auf das Königreich rechts klicke, kann ich verstauen Die Objekte umsetzen und platzieren Oder ich kann in dem Shop, wo ich mir diverse Deko kaufen kann Wie man hier sieht, von den Preisen auch recht überschaubar Für mich allerdings eigentlich nur interessant Ja, das wäre zum Beispiel cool Ich bekomme sie aber nur, wenn ich genug blaue und grüne Toads habe Die bekomme ich aber aus, wenn ich in den Welten weiter bin Zu denen wir gleich kommen Und ganz rechts die Extras, denke ich, sind am interessantesten Hierzu brauche ich aber auch immer Toads andere Farben Also das bringt mir so momentan nichts So, wir fangen mal mit dem klassischen Spiel an Gehen in die Welten hinein Und es ist so Die ersten drei Welten kann ich kostenlos spielen Danach, wir gehen gleich in den Kaufbildschirm hinein Kostet das Spiel 99 Das Ganze ist einmalig Das heißt, es ist kein Pay-to-win-Prinzip Ich kann mir keine Reality-Tickets kaufen Ich kann mir keine Münzen kaufen Ich bekomme das halt einmalig als Bonus Aber, wenn ich die drei Levels gespielt habe Die kann ich natürlich auch beliebig oft spielen Und die gefallen mir Dann habe ich die Möglichkeit für 99 Das Ganze zu erweitern Und alle sechs Welten freizuschalten Wir gehen jetzt erstmal in die erste Welt rein Ähnlich wie ihr von den anderen Mario-Spielen Wie ihr es wahrscheinlich kennt Habt ihr die Möglichkeit Münzen zu sammeln Es geht los mit Rosalen Die sind auch relativ leicht versteckt Dann kommen die Lilanen Und am Ende die Schwarzen Ich finde zwar eher, sie sind grün Aber sie heißen schwarz Und wir gehen gleich mal in das Game hinein Hinderniss hüpfen 1-1 Mario läuft automatisch Die Steuerung wurde sehr, sehr simpel gehalten Er läuft automatisch von links nach rechts Ihr habt eigentlich nur eine Möglichkeit Dies auf den Bildschirm zu tippen Wenn ihr auf den Bildschirm tippt Führt Mario einen normalen Sprung aus Und so länger ihr tippt Wie hier zum Beispiel Hüpft er höher Ein weiteres neues Element Sind diese Pausenblöcke Oben wird die Zeit pausiert Und ihr habt dann die Möglichkeit zu entscheiden Was mache ich weiter Denke ich Hat einfach damit zu tun Ihr habt eben nicht die Möglichkeit Mal kurz anzuhalten Euch umzuschauen Sondern Mario läuft und läuft und läuft Und hier immer Wird dann auch durch die Pfeile signalisiert Ich kann hoch und ich kann runter Und kann dann so Dementsprechend mir das überlegen Hindernisse, Gegner Sowohl die Gambas Als auch die Schildkröten Das Name mir gerade nicht einfällt Schauen die über meinen Haupt Oh sehr gut Schwarze Münze da oben bekommen Werden automatisch überquert Wenn ich allerdings Auf den Bildschirm tippe Und damit quasi einen Sprung ausführe Ja Hohle ich mehr aus dem Spiel raus Beziehungsweise aus den Gegnern Insoweit Dass ich einfach die Möglichkeit habe Extra Münzen zu bekommen Also ihr müsst keine Angst haben zu sterben Da wird es später Zum Beispiel Wir können das nachher noch kurz antesten Den vierten Der erste Endboss Level Habe ich die Möglichkeit Kurz anzuspielen Bekomme jetzt am Ende Eine Übersicht Münzen die ich gesammelt habe Diese Special Münzen Und meine besiegten Gegner Die sind dahingehend interessant Was die Toad Rally angeht Ihr seht hier bei den Gambas Das Plus Eins Heißt umso mehr ich da Im Spiel Wir nennen es mal töten Auch wenn das sicher nicht Nintendo fachgerecht ist Besiege Habe ich dann in der Toad Rally Einen Vorteil Ich würde sagen Die ersten drei Level Spielen wir mal schnell durch Die sind recht überschaubar Die sind nicht schwer Und wer sich jetzt mit Mario Noch nicht beschäftigt hat Zumindest nicht mit diesem Bekommt dann hier Einen kleinen Einblick Was so geboten wird Also ich muss sagen Mir macht das Spiel Eine Menge Spaß Ich finde es ist sehr sehr schön gemacht Es läuft absolut rund Und jetzt kommt direkt wieder Das Mario Feeling auf Von daher bin ich wirklich Alles in allem angetan Auch wenn ich bisher eben nur Diese Gratis Level Gespielt habe Anfangs habe ich gesagt Ich möchte mir diese 10 Euro Erst dann investieren Wenn ich in allen drei Spielbaren Welten Jeweils die Münzen Gesammelt habe Ja weiß ich nicht Ob ich das wirklich So lange durchhalte Und dementsprechend Vielleicht schon früher Zugreife Ja ihr seht das hier Den klassischen Wallcharm Gibt es immer noch Wo ich hin und her springen kann Macht natürlich Sinn Immer möglichst viele Münzen Einzusammeln Allein schon deswegen Weil ihr euch mit denen Dann eben Items und andere Gegenstände kaufen könnt Und wir springen jetzt hier Gleich nochmal hoch Ich habe in dem Level Noch nicht mal alle Rosanen geholt Gespeichert werden sie nicht In dem letzten Mario Was ich auf dem Gameboy Gespielt habe Ich glaube das ist auch Das aktuellste noch gewesen Auf dem 3DS war das glaube ich War es noch so Dass man glaube ich Drei Münzen holen konnte Und dass diese drei Münzen Also wenn ich jetzt nur eine Geholt habe Dass das auch gespeichert wurde Hier müsst ihr in einem Durchgang Alle fünf sammeln Und nur dann Zählt das Ganze Als geschafft So Gamba Ihr seht Er springt drüber Oder ich kann eben So ein Special Ding Hier ausführen Indem ich nochmal zippe Und am Ende Gibt es natürlich Immer noch die Fahne Allerdings Gibt es Wenn man ganz oben ist Kein Leben Weil es in dem Game Kein Leben gibt Sondern ihr bekommt Bis zu 10 Münzen Oben in der Mitte Tickt die Zeit Wir haben hier wieder Am Ende die Übersicht Und jetzt gehen wir Auch gleich noch ins dritte Level Das ich euch auch Kurz zeigen möchte Mit den Pilzen Da habe ich schon Alle rosanen Und bin jetzt gerade hier Bei den lilanen Unten sieht man immer Mein Münzrekord Und Was wir oben noch haben Sind diese Blasen Die Blasen Die haben wir jetzt hier Das kennt man von Irgendem wie Ich weiß jetzt den genauen Namen nicht Ich kann auf die Blasen drauf tippen Ihr seht dass zwei Blasen gibt es Das ist also quasi Wir zwei leben Und dann habe ich einfach Die Möglichkeit Wenn ich eigentlich Gestorben wäre Doch nochmal Zurückzukehren Das heißt dann tippt ihr einfach Auf die Blase Ihr könnt da Mario Auch gerne ein bisschen Fliegen lassen Und dann wirklich einfach Da wieder nach unten kommen Wo es euch am besten passt Manchmal lassen sich diese Blasen Auch im Game einsammeln Und hier beispielsweise Man kennt sich auch noch Die roten Münzen Zum sammeln Wenn man die hier alle sammelt Gibt es einen Stern Und jetzt schauen wir mal Was die Lila Münzen angeht Eine war glaube ich Eine war glaube ich Eine Block Die habe ich jetzt schon mal verpennt Ihr kennt das sicher selber Wenn man wirklich die Münzen Alle sammeln will Dann muss man das Level Auch öfter spielen Alle auf Anhieb zu schaffen Ist schon eine Leistung Hier haben wir jetzt wieder So ein Pausenelement Und jetzt schauen wir mal Dass ich euch auch die 10 Münzen zeige Ja Jetzt sind wir ganz oben gelandet Und es gibt diese 10 Münzen Und damit Hat man das Spiel Quasi was man kostenlos spielen kann Durchgespielt Man kann es klar Möglichst oft spielen So oft wie man will Da gibt es kein Limit Was sicher schon mal ganz fair ist Aber jetzt Wenn ich weitermachen will Muss ich in den Geldbrill greifen Ich kann es drauf tippen Und ihr seht hier Alle Welten eben für diese 99 Da kann man sich auch ein bisschen durchschauen Kann sich die Welten sogar Dass es eine kleine Übersicht gibt Alle anschauen Das heißt dann bekommt ihr auch Einen kleinen Einblick Und man kann großzügigerweise Die erste Bosswelt 20 Sekunden lang anspielen Das habe ich selber jetzt auch noch nicht gemacht Das heißt Ist zwar ein bisschen witzlos Aber das werde ich mit euch machen Dass wir das Probespiel hier bekommen Und wir sehen hier Klassisch Wie man es kennt So eine Endwelt Im Bosa Style Und auch diese Flammen Die es gibt Dieses Glätte Da müssen wir mal schauen Wie Mario da reagiert Zum Hangeln auch Schauen wir mal Selbst über die geht der automatisch Und ihr seht hier Man kann da auch wieder Multiplikatoren Nutzen Und hier oben Kann ich hangeln Wenn ich möchte Und jetzt ist die Zeit Das heißt das Probespiel Auch schon vorbei Ja Über die 20 Sekunden Ob das jetzt nötig war Oder nicht Kann man drüber diskutieren Ich selber wie gesagt Werde es mir auf alle Fälle kaufen Und wenn ihr da Bock habt Das Let's Play auch fortführen Also lasst mir da gerne Ein Däumchen hoch Da schreibt mir gerne In die Kommentare rein Wir könnten also mit Mario Langsam wieder durchstarten Und dann schauen wie es eben weiter geht Und jetzt gehen wir noch Zum Abschluss Für das Video einmal in die Rally hinein Ich habe eh nur noch Ein Rally Ticket Wie bekomme ich die Tickets Tickets bekommt ihr Wenn ihr alle Münzen in den Welten sammelt Dann gibt es immer zwei Tickets Oder Ihr habt hier Ein Bonusspielhaus Das könnt ihr alle 8 Stunden Ich nenne es mal nutzen Und ihr habt am Ende 4 Druhen Eine könnt ihr auswählen Und mit Glück Ist da ein Ticket drin Und ein Ticket eben eine Toad Rally Ich habe momentan 337 Toads Wir werden jetzt hier Gegner vorgeschlagen Umso mehr Toads Umso mehr haben sie natürlich drauf Ich nehme jetzt hier mal den Adam Mit 343 Und wichtig bei der Toad Rally Ist möglichst viele Münzen sammeln Schneller als der andere sein Und möglichst viele Ja wir nennen es mal Kunstsprünge ausführen aus Weil ihr müsst Die Toads begeistern Die seht ihr hier unten Für jeden Special Sprung Den ich mache Sei es hier so ein Dreher In der Luft Erjubeln die Und kommt mit etwas Glück Ein Toad hinzu Ich lasse mich jetzt hier Schon zurückwerfen Damit ich mehr Stellen bekomme Dann gibt es hier Diesen Münch raus Noch Und der einzige Nachteil Den ich jetzt hier habe Wobei das nicht unbedingt Ein Nachteil sein muss Ist dass der Momentan vor uns ist Aber wir sammeln dafür Deutlich mehr Münzen Hoffe ich zumindest Und jetzt überspringen wir mal Diesen Block Weil es gibt 10 extra Münzen Wenn man als erstes Zur Fahne kommt Wo er es leider Der erste ist Und die extra Münzen Hat er es bekommen Aber ich hoffe Dass ich einfach durch meinen Mega Skill Was das Münzen sammeln angeht Das wieder wettmache Und in dem Fall Es zweitrangig ist Dass er hier vor mir ist Aber das wird sich am Ende In einer wirklich Coolen Animation zeigen So hier geht auch nochmal Schöne extra Münzen raus Und oben seht ihr die Zeit 10 Sekunden läuft das Ganze noch Die Liederne natürlich Wunderbar übrig gelassen Und ich denke Das müsste ich wahrscheinlich Verloren haben Ich habe insgesamt Etwas wenig Toads Die hier unten begeistert waren Am Ende gibt es Eine Bewertung Zum einen Wir lassen es Man kann es skippen Aber wir lassen es mal durchlaufen Werden die Münzen gezählt Und oben sehen wir gleichzeitig Die Toads Die wir begeistert haben Und Toads werden dann Am Ende noch dazu gezählt Also momentan noch Relativ ausgeglichen Ich habe sogar ein paar Toads mehr Schauen wir mal Münzen führt er Eventuell mit Es könnte ganz ganz knapp werden Er hat es 379 373 Leider eine Niederlage Und das Problem Was man jetzt hat Ist die Toads werden abgezogen Es war nicht die genaue Differenz Sondern es wird einfach Eine gewisse Anzahl abgezogen Ich habe jetzt hier 20 Toads verloren Ihr seht blau, grün, gelb Und lila habe ich noch gar keine Ich vermute irgendwie einfach Die gibt es dann eben In den späteren Welten Und wenn ich jetzt zum Beispiel Auf nochmal gehe Habe ich keine Tickets mehr Und da sagt ihr eben Tickets findest du zum Beispiel In Bonusspielhäusern Oder in Fragezeichenblöcken Fragezeichenblöcken Wie ich das vorher gesehen habe Kann man sich ja im Shop kaufen Oder es gibt eben Wenn ich die Welten freischalte Jo Das wäre es Der momentane Umfang Man kann dann wie gesagt Sich auch noch mit Freunden Befreunden Und hat dann hier die Möglichkeit Sich gegenseitig auszutauschen Ich habe mich mit meiner Schwester Schon mal befreundet Das läuft im Nintendo Stil Mit einer ID Also mit Brennerchen alleine Werdet ihr mir jetzt Nicht finden Und ich würde sagen Das war jetzt so Mein kleines Comeback Nach 4, 5 Monaten Pause Mit Super Mario Run War für mich eigentlich Ein ganz guter Einstieg Ich hoffe Ich habe es nicht ganz verlernt Euch hat es Spaß gemacht Und ihr könnt mir gerne Zum Game Zur Preispolitik Wie das Ganze jetzt gestaltet wurde Eure Meinung unten in die Kommentare schreiben Können wir da ein bisschen diskutieren Ich schaue natürlich auch wieder Dass ich wieder Ja Ein bisschen mehr Nähe Euch gegenüber zeige Und wir uns da auch ein bisschen Über die Kommentarfunktion austauschen können Und wenn es euch gefallen hat Würde ich mich sehr über Einen Daumen nach oben freuen Wenn ihr mich vielleicht schon Deabonniert habt Und wieder auf mich gestoßen seid Es wird wieder mehr kommen Also dürft ihr gerne auch Ein Abo dalassen Und wenn ihr Bock habt Dass es mit Super Mario Run Auf diesem Kanal weiter geht Dass wir das also so Als kleines Let's Play gestalten Dann ja Schreibt mir das auch gerne In die Kommentare Ich wäre dann für die heutige Folge raus Wünsche euch noch einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal Ciao ciao Ciao